Wird NNO-Olt in der Primelik gespielt, wenn zwei von euch in der Zeit in Korea sind? Wir spielen aber mit einem hohen Ping, ja. Was lacht ihr da? Ey, wir spielen mit einem 500er Ping. Ist fein. 150 ist easy. Ich dachte jetzt mehr. Keine Ahnung, was man für einen Ping hat. Alles okay, mit dem meinen Ellbogen. Ja, ist eine Sportverletzung vom Zocken. Okay, gegen Yasuo und Gragas können wir eine Idee spielen, ne? Boah, das ist aber echt scheiße gespielt, Mann. Wir müssen dann auch noch einen Minion-Auto decken. Oh. Hammer keiner strong. Sieht man gerne. Ich bin voll schnell am Cleam aktuell. Es ist immer so awkward mit Elise zu basen, wenn man nichts bekommt. Ah, my bad, Mann. Ich dachte, die haben beide keinen Flash. Die hatten beide noch Flash. Ich denke, das wird Cringe wieder. Ich denke, das wird Cringe wieder. Ah, das wird Cringe wieder. Was? 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 Oh, was? Was? Einfach schein tot zu sein, wenn er kein Ult hat, aber der Ult? Ich gehe, die sind beide tot. Ich bin tilted, man. Warum ist die Kamera nicht bei mir? Ich hätte turnen können, ich wusste nicht, ob der Kragas hatte. Maybe. Und das war's. Du dumm, meine W ist einfach durchgegangen. Der Flash, I guess. Okay, we are winning. Wir haben gegen den Film gewonnen. Geil. Es war ein guter Flash von Ezreal, aber... Ich glaube, der Malfight muss nochmal in sich gehen. Er muss nochmal in sich gehen. Und sich fragen, was gerade schief gelaufen ist. Jo, der Malfight hat schon wieder seine Hölte gewisst. Bro, der Atom ist so... Kannst du das Game nicht carry? Okay, Nash ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Nash ist schon nicht schlecht. Ja, aber Leute, das hätte mich überhaupt ultiert. Genauso ultierst du doch nicht einen Ezreal, der Flash-Up hat. Er ultiert falsche Targets. Der hat eine falsche Target-Selection. Ich muss das machen. B-Carry. Oh. Wie hat er den Kill doch bekommen? Ezreal hat ult. Jetzt war es nicht so gut. Er fällt mir nicht. Ah, wir kommen draus. Ah! Ah, wir werden den Kill doch mal raus. Ah! 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 Ah, da hat er nur Smeid durchbekommen. Holy shit, war der schnell, man. Ich sehe, er hat, außer Ghost, nichts zu nutzen, ne? Ich sehe, er hat nur Smeid durchbekommen. 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 Welche Rolle war der? Ich sehe, er hat nur Smeid durchbekommen. Ich sehe, er hat nur Smeid durchbekommen. Ich sehe, er hat nur Smeid durchbekommen. Ich sehe, er hat nur Smeid. Ich sehe, er hat nur Smeid. Ich sehe, er hat nur Smeid durchbekommen.